Hallo und willkommen zum heutigen Video. Trachte nach dem Geist und dir wird alles gelingen. Was ist damit gemeint? Nun, die Bibel, Paulus spricht im Brief an die Römer davon, dass wir die Wahl haben, ob wir nach dem Fleisch oder aber nach dem Geist trachten. Ob wir nach dem Wesen des Fleisches oder nach dem Wesen des Geistes trachten. Und das ist ein fundamentaler, ein wichtiger Unterschied. Ein Unterschied, der auf praktischer Ebene darüber entscheidet, ob du Erfolg hast mit deiner Manifestation oder nicht. Und wir möchten ja einmal erst mal reinschauen in den Römerbrief. Und zwar schauen wir rein in Römer 8, 6 und 7. Dort steht geschrieben, Denn das Trachten des Fleisches ist tot, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Das Trachten des Fleisches ist tot, der Tod. Das Trachten des Geistes aber ist Leben, Frieden und Leben. Warum? Naja, weil das Trachten des Fleisches sich nicht dem Gesetz Gottes unterwirft. Und so heißt es dort weiter, es kann sich dem auch gar nicht unterwirfen. Was heißt das jetzt alles für uns? Was bedeutet das jetzt alles für uns? Wie können wir das auf eine praktisch verständliche Ebene ziehen? Du kannst trachten nach dem Fleisch, was nichts anderes bedeutet, als dass du versuchst, deine Ziele zu erreichen, indem du dich abrackerst, indem du Blut, Schweiß und Tränen vergießt, indem du tust, um zu erreichen. Das kann im Finanziellen sein, dass ich kämpfe dafür, dass ich irgendwie zu mehr Geld komme. Das kann sein im Gesundheitlichen, dass ich versuche, gesund zu werden, indem ich tue, dies tue, das lasse. Das ist das Trachten des Fleisches. Das Trachten nach dem Wesen des Fleisches, so steht es hier aber, ist Tod, ist der Tod. Warum? Weil es sich nicht dem Gesetz Gottes unterwerfen kann. Was ist das Gesetz Gottes? Das Gesetz Gottes ist Vorstellung erschafft Realität. Wie innen, so außen. Alles, was du in deiner Außenwelt erfährst, ist ausgedrückte, imaginative Aktivität deiner Innenwelt. In anderen Worten, dein Leben ist ein von dir geträumter Traum. Und sicherlich wirst du mir zustimmen, dass das Trachten des Fleisches in einem Traum zu nichts führt. Du kannst ja im Traum nicht das Wesen des Traums verändern. Denn das Wesen, welches diesen Traum träumt, ist der Geist. Der Geist, der auf dem Bett liegt. Das Fleisch, das Wesen des Fleisches, kann sich also gar nicht diesem Gesetz Gottes, Vorstellung erschafft die Realität, unterwerfen. Es ist gar nicht möglich, das bedeutet, um wieder auf praktische Ebene zu kommen, ich bin arm, möchte finanziell frei sein, ich trachte nach dem Fleisch, in dem ich tue, in dem ich schaue, was kann ich tun, wie kann ich zu mehr Geld kommen, welche Idee könnte mir einfallen, was kann ich tun, bin aber im Geiste, das Wesen, das auf dem Bett liegt, im übertragenen Sinne, bin ich die ganze Zeit ein Traum am Träumen von Armut. Während ich also diesen Traum von Armut träume, versuche ich, das Wesen des Fleisches, zu Reichtum zu kommen. Das ist nicht möglich, weil die Natur des Traumes ist die von Armut. Ich kann mich also gar nicht dem Gesetz Gottes unterwerfen. Ich versuche gegen meine eigene Natur anzukämpfen. Ich wende Disziplin an. Disziplin. Disziplin braucht nur derjenige, der gegen seine eigene Natur, gegen seinen eigenen Bewusstseinszustand kämpft. Derjenige braucht Disziplin. Wenn ich hingegen, und so heißt es hier, nach dem Wesen des Geistes trachte, naja, dann bin ich nicht länger dem Tod unterworfen, sondern dem Frieden und dem Leben. Das bedeutet im Klartext, wenn ich Wohlstand haben möchte, finanzielle Freiheit haben möchte, dann muss ich im Wesen des Geistes danach trachten. Wie trachte ich danach? Indem ich meine Augen schließe, mich meinem Geist hingebe. Sobald ich meine Augen schließe, habe ich die Augen zum Wesen des Fleisches verschlossen und wende mich nach innen, zum Wesen des Geistes. Und dort trachte ich nach dem Wohlstand, nach der finanziellen Fülle, indem ich mir etwas vorstelle, das für mich impliziert, dass ich finanziell frei bin. Beispielsweise, dass mir ein guter Freund gratuliert. Junge, du hast es geschafft. In dem Moment habe ich den Traum, das Wesen des Traumes geändert, zu einem Traum von Wohlstand, von Fülle, von finanzieller Fülle. Ich höre also auf, nach dem Wesen des Fleisches zu trachten, mich abzurackern und gegen mich selbst, gegen meine eigene Natur zu kämpfen. Das ist ein verlorener Kampf. Ich wende mich an meinen Geist. Ich trachte nach dem Wohlstand im Wesen des Geistes. Und damit bin ich im Einklang mit dem Gesetz Gottes, im Einklang mit mir selbst. Und das bedeutet Leben und Frieden. Frieden und Leben. Das ist also, was uns hier vielleicht erstmal kryptisch erscheint, dieser Vers, diese beiden Verse, wo wir denken, nach dem Fleisch, nach dem Geist, Trachten, Gott gefallen, was bedeutet das alles? Es bedeutet nichts anderes, als dass du deine Ziele nicht erreichen kannst, wenn du sie in der Außenwelt zu erreichen probierst. Nicht solange du nicht das Wesen deines Geistes, in anderen Worten, deine Überzeugungen von dir selbst veränderst. Also du kannst nicht gesund werden, wenn du davon überzeugt bist, dass du krank bist. Du kannst nicht zu finanzieller Fülle kommen, wenn du davon überzeugt bist, dass dir nur Armut vergönnt ist. Du kannst nicht gegen dich selbst ankämpfen. Du kannst nicht innerhalb eines Zimmers und ein Zustand ist ein Zimmer. Armut ist ein Zimmer. Wohlstand ist ein Zimmer. Innerhalb dieses Zimmers kannst du nichts anderes erfahren, als das, was das Zimmer nun mal hergibt. Du musst also das Zimmer wechseln. Und das funktioniert wie? Indem du deine Augen schließt und dir vorstellst, dass du im anderen Zimmer bist, dass du deine Welt aus dem anderen Zimmer wahrnimmst, aus dem Zimmer des Wohlstands, aus dem Zimmer der Gesundheit. Und dann musst du auch nicht mehr nach dem Fleisch trachten. Das Fleisch ist tot. Das Fleisch, die Außenwelt, ist tot. Sie ist lediglich ein Echo. Sie kann immer nur das tun und nach dem trachten, wonach deine innere Natur trachtet. Das heißt, du kannst in deiner Außenwelt nur erfahren, was mit deinem inneren Zustand harmoniert. Anders funktioniert es nicht. Denn das ewige Gesetz Gottes ist wie innen so außen. Vorstellung erschafft Realität. So wie der nächtliche Traum das wiedergibt, was das Wesen auf dem Bett träumt. Der Traum kann keinen anderen Inhalt haben, als den Inhalt, den der Träumer, der auf dem Bett liegt, vorgibt. Und so ist es auch mit deinem Leben. Du musst dich an deinen Geist wenden. Und das bedeutet, du bist nicht dein Körper. Du warst nie dein Körper und du wirst niemals dein Körper sein. Du drückst dich nur in Form deines Körpers aus in dieser Welt, in diesem Traum. So wie du dich im nächtlichen Traum durch deinen Körper ausdrückst. Auch dort hast du einen Körper. Du kannst Schmerzen erleiden, kannst wegrennen vor jemandem. All die Dinge, die du auch hier tust, kannst du dort im nächtlichen Traum tun. Aber du bist niemals dieser Körper in dem Traum. Und du bist niemals dieser Körper, der jetzt gerade dieses Video sieht. Ich bin niemals dieser Körper, der gerade spricht. Aber dieser Körper ist ja nützlich, weil über diesen Körper artikuliere ich mich. Über diesen Körper bringe ich diese Botschaft an dich. Aber ich bin nicht dieser Körper. Und darum kann ich mich nicht verändern, indem ich meinen Körper betätige. Also lass die Disziplin beiseite. Verändere dich von innen. Verändere deinen Bewusstseinszustand, indem du dich deiner Vorstellungskraft, dieser göttlichen Kraft in dir bedienst. Und da musst du auch nie wieder kämpfen für deine Ziele. Dann trachtest du nach dem Geist. Dann tust du das, was Paulus uns hier anrät, nach dem Geist zu trachten. Und dann sind dir alle Dinge möglich. Dann gehören alle Dinge dir. Du kannst jedes Zimmer jederzeit bewohnen. Das zum Römerbrief. Das zu Römer 8, 6, 7. Fragen, Anregungen dazu wie immer gerne unter das Video. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Freue mich, wenn du beim nächsten Mal mit dabei bist. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Das war' Untertitelung des ZDF, 2020